In diesem Video zeigen wir euch den Kniehang. Macht einen Fußknoten in beide Tüchern mit eurem Lieblingsfuß, geht dann mit dem anderen Bein etwas weiter oben am Tuch vorbei und akt es in das Tuch ein. Greift jetzt mit der Hand der gleichen Seite an euren Fuß und lebt euch langsam nach hinten herunter. Fertig! Um den Trick wieder zu lösen, greift ihr das Tuch, zieht euch hoch und löst euer Knie wieder von dem Tuch. Bis zum nächsten Mal. Bleib blir schön! Bleib Rektiv, hommes gehört gut sein! Bte, so sie